Fareare, einfach fordere Fall. Power Space, Go now, Dico! Hey, 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 hey! Jungs, ruhig, hey! Ich gratuliere erstmals zum Sieg. Es war ein Arbeitssieg. Die Villa hat entschieden. Die zweite Halbzeit haben der Villa gezeigt, ob es ihm belohnt wurde. Viertes Spiel hintereinander. Jetzt greifen wir auch in der Tabelle. Sicher 1-2 Platz. Mit dem Toro-Verhältnis plus 7 oder plus 8 haben wir. Gerade bleiben. Nächste Woche arbeiten. Zweimal Training. Ein Geschenkort. Dienstag, Dienstag Training. Samstag holen wir den 5. Sieg. Der Borat hat Ferien. Die, die wollen, können mit dem Borat trainieren. Die, die Zeit haben. Die, die nicht arbeiten, machen lockere Bewegungen und Abschlüsse mit dem Borat zusammen. Jungs, ich bin stolz sofort. Ich will einen Goalie, wenn er einen guten Mann spielt. Er macht keinen Goals. Er macht keinen Hatterist. Er rettet den Match. Er rettet ganze Match. Und ich möchte hier im Namen der Mannschaft, Gian, danken. Weil heute, dass wir so... Rende, Jungs! Rende! Warte! Rende! Rende! Her Du villa, ja! Jungs! Rende, wir können nie자를 Ding finden, aber nicht enttäuscht sein. Die, die weniger gespielt haben. Nicht ent- täuscht sein. Wir werden alle belohnt. Als Mannschaft. Wir werden als Mannschaft belohnt, Jungs. Am Schluss wird es abgeprent. Jungs, das nächste Spiel, das nächste Sieg. Wir haben ein schönes Wochenende, ich bin stolz zuvor schon.